Ja, hallo Leute, wie ihr seht, hinter mir ist unser schönes Auto. Es ist keine Nordsee mehr hier und ich muss arbeiten, was ich gerne tue. Wir sind hier für euch da, das wisst ihr und seit heute machen wir in Helene Fischer. Ihr könnt bei uns die angekündigten Karten gewinnen. Schaut euch das mal auf unseren Fanpages an und ich wünsche euch viel Glück beim Gewinnen der Helene Fischer Karten. Lasst euch gut gehen.